Künstliche Intelligenz ist als Megatrend omnipräsent dennoch. Oder vielleicht gerade deshalb sehe ich die akute Gefahr einer Überhitzung, was die Börsenkurse von Nvidia, Microsoft und Co. betrifft. Warum, erkläre ich euch in diesem Video. Seid gegrüßt, liebe Börsen, ganz herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Ihr wisst, ich bin sehr nah dran an den Märkten für euch, verfolge insbesondere die Entwicklung neuer Trends und wie sich diese auf die Kurse der Trendprofiteure oder auch der vermeintlichen Profiteure auswirken und auch wie das Sentiment am Markt hinsichtlich dieser Erwartungen ist. Zwei Dinge gleich vorab zu diesem Video. Erstens, worum es mir nicht geht, ist diesen Megatrend KI. Und es ist ohne Zweck für den Megatrend irgendwie kleinzureden. KI wird unser Leben, insbesondere auch unser Berufsleben in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verändern. In bestimmten Bereichen sogar gravierend und grundlegend. Zweitens, wenn ich im Titel bzw. im Thumbnail frage, gestürzt Nvidia oder Microsoft ab oder platzt jetzt die KI-Blase und ich komme vielleicht im Verlauf dieses Videos zu der Antwort, die Ja lautet, dann heißt es nicht, dass es gleich heute oder morgen passiert und ich euch den Rat gebe, jetzt sofort alle Aktien zu verkaufen, die irgendwas mit KI zu tun haben. Ich habe keine Glaskugel und das Timing im Mikrobereich, sage ich mal, soll heißen innerhalb von Tagen oder Wochen, ist extrem schwer bis unmöglich. Selbst wenn es klare Anzeichen der Überhitzung gibt, können Trends noch weiterlaufen, weiter als die meisten von uns, die sich vorstellen können. Und das war schon immer so, wird auch immer so sein in Holland, haben im Zuge der Tulpenmanie damals in den Jahren 1636 und 1737 Menschen ihre Einfamilienhäuser verkauft, um eine bestimmte Tulpenzwiebelsorte wie Semper Augustus zu kaufen. Und der Wert dieser Tulpenzwiebel war derart in unermessliche Höhen gestiegen, zwischenzeitlich bis sich das zuvor niemand hätte vorstellen können. Und die Internet-Bubble 99-2000, die hat gezeigt, dass derartige Bubbles auch heute noch möglich sind. Und noch eine Beichte vorab, ein Anspielungszeichen Beichte. Ich bin einer, der zwar durchaus das Potenzial von Nvidia und Microsoft erkannt hat, aber Nvidia viel zu früh wieder verkauft hat, beziehungsweise in Microsoft als Einzelaktie gar nicht investiert war. Das heißt, alle, die beide Aktien im Depot haben und sie auch schon länger im Depot haben, Glückwunsch, ihr habt recht gehabt, ich nicht. Und ich kann natürlich auch mit diesem Video falsch liegen. Das Ganze ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Wow, das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung, sorry. Aber es ist mir wichtig, das wirklich alles klarzustellen. Und trotzdem will ich heute dieses Warnvideo zu KI-Aktien machen. Warum? Nur meine Bedenken lasse ich am besten mit dieser grundlegenden Grafik erklären. Und letztlich geht es mir in diesem Video vor allem darum, euch diese Grafik zu erklären, falls ihr sie noch nicht kennt, und dann einzuordnen, wo wir aktuell im Bereich KI stehen. Also legen wir los. Ich finde die Grafik hier deshalb so gut, weil sie klar zwischen zwei unterschiedlichen Dingen trennt. Ich fange mal mit dem unteren Teil an. Die stellt die Adoption Rate bei neuen Trends und Technologien dar. Es beginnt mit den Innovatoren, die den Trend quasi mitbegründen. Dann kommen die, in diesem Fall, technikaffinen Early Adopters, die sich schon früh mit JetGPT und Co. vertraut gemacht haben und das selbst auch schon intensiv nutzen. Dann folgt als nächstes die Early Majority, die frühe Mehrheit, wort ich jetzt gefolgt, von der Late Majority. Und dann den Leggards, die hinterher hinken. Und bei der KI befinden wir uns meiner Meinung nach aktuell in der Phase der Early Adopters. Und was die Grafik aussagt, ist, dass wir uns in der Phase des schnellen, aber trotzdem geregelten Wachstums befinden. Wir haben ein Wachstum mit steigender Tendenz. Das ist statistisch auch eine Normalverteilung. Man kann das aber auch als S-Kurve bezeichnen. Das wird hier in dieser Grafik nochmal dargestellt, in gelb-orange eingezeichnet. Heißt, der Prozentsatz der Bevölkerung, der die KI nutzt, also jetzt zum Beispiel in Form von diesen Large Language Models wie JetGPT, der wird schnell mehr. Wir sind in dieser Phase der S-Kurve, wo es steil wird. Irgendwo zwischen Early Adopters und Early Majority. Es steht uns also noch großes Wachstum bevor. Das Wachstum beschleunigt sich sogar gerade. Und das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Der Punkt ist, da wird abgebildet, was tatsächlich passiert in der unteren Hälfte. Unterscheiden davon muss man die Erwartungen, die wir als Börseaner oder allgemein als Investoren an das haben, was passieren wird und was sich dann auch eben in übermäßig steigenden oder fallenden Aktienkursen ausdrückt. Und das ist das, was wir hier in der Abbildung in der oberen Hälfte sehen. Der sogenannte Hype-Zyklus bei neuen Technologien. Wir haben einen Technology Trigger. Das war in dem Fall das Going Live, die Marktentführung von JetGPT. Und im Prinzip geht es ja seither mit den Aktienkursen von Aktien, die sich als die Gewinner der KI-Revolution herauskristallisieren, stark bergauf, extrem bergauf. Und der Punkt ist, diese Erwartungen von uns Börseanern, die steigen in einem noch viel schnelleren Tempo als die Adoption Rate. Und sie steigen auch weit über das hinaus, was realistisch ist. Irgendwann sind die Erwartungen inflated, so weit aufgeblasen. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo dann irgendwas passiert, was den Börseanern so eine Art Aha-Erlebnis gibt, wo sie erkennen, oh Mann, so rasant, wie ich es mir gedacht habe, setzt sich die KI jetzt im Alltag doch nicht durch. Und von dem Punkt an fallen dann die Erwartungen, speziell eben von uns Investoren massiv, und da wir Menschen sind und nicht immer rational sind, fallen die Erwartungen dann so weit, dass wir von einem extremen Optimismus direkt in einen extremen Pessimismus hineinlaufen, in dem dann die Erwartungen deutlich niedriger sind, als das, was in der Realität tatsächlich passiert. In der Grafik wird das Draft of Disillusionment genannt, also die Teilsohle der Desillusionierung. Und von da ab geht es dann in einem Slope of Enlightenment, also am Hang der Erleuchtung quasi wieder langsamer aufwärts, bevor dann am Ende das Profitabilitätsplateau erreicht wird, sprich dann quasi die Möglichkeiten der neuen Technologie komplett ausgeschöpft sind, um die Produktivität zu erhöhen. Und letztlich ist dieser Hype-Cycle eben auch das, was sich bei den Aktienkursen abbildet. Hier der Nasdaq-Composite während der Internet-Bubble von Mitte der 90er Jahre bis Ende 2007. Und ich finde das eine verblüffende Ähnlichkeit, wenn ihr das mit dem Hype-Cycle vergleicht, also diesen Kursverlauf. Klar, nun ist es natürlich so, dass im Nachhinein immer ganz klar und einfach ist, was passieren wird. Im Vorhinein ist weit weniger, man kann darüber diskutieren, wo wir jetzt sind in diesem Hype-Cycle. Fakt ist, die Ernüchterungsphase, die steht uns noch bevor. Und was mich persönlich skeptisch macht und warum ich denke, dass wir schon relativ weit fortgeschritten sind in Richtung Peak of Inflated Expectations, ist eben das Tempo, die Geschwindigkeit, mit der die Kürse zuletzt gestiegen sind. Ich habe ja ein Video zu Supermicro gemacht, vor kurzem, ich verlinke euch das nochmal in der Beschreibung dieses Videos. Trotzdem normaler Kursverlauf. Wir haben schon eine sensationelle Rallye gesehen von Juli 2022 bis August 2023 von 37 auf 357 Dollar hier mit dem Feld eingezeichnet. Also fast verzehnfacht. Jetzt aber noch dazu ein Breakaway-Gap, wo die Aktie innerhalb eines Monats nochmal von 295 Dollar auf über 800 Dollar gestiegen ist. Also um 171 Prozent. Auch Nvidia hat seit Jahresbeginn jetzt nochmal von 480 auf 731 um über 50 Prozent zugelegt. Es geht also darum, dass dieser Anstieg jetzt parabolisch exponentiell fand, standartig wie immer ihr das nennen wollt, geworden ist und das so eine Art Climax-Top droht. Ihr seht das hier am Beispiel Amazon in dem Chart, der bis zum Februar 1999 reicht. Auch da ging der starke Anstieg dann in eine Art exponentielle Kurs-Explosion über. Häufig begleitet auch von hohen Handelsvolumina, von extrem hohen Handelsvolumina. Und am Tag des prozentual höchsten Anstiegs kommt dann oft das heftige Reversal und die Korrektur. Und die Amazon-Aktie ist damals ja von über 100 auf 8 Dollar abgestürzt im Tief. Ich glaube absolut nicht, dass es bei Nvidia in der Form passieren wird, auch nicht bei Supermicro. Aber was bei Supermicro kursmäßig gerade passiert, das erinnert mich schon sehr an damals. Ich war dabei damals. Ich habe die Internet-Bubble als Student erlebt. Damals viel Geld verdient. Mein Depot vor 20-Facht in der Spitze. Und dann das Allermeiste wieder verloren, wenn mir eben nicht klar war, was damals passiert ist. Und ich gebe einfach die Erfahrung jetzt an euch weiter. Und klar ist natürlich auch, so ein Hype-Cycle wiederholt sich nie exakt zu 100%. Beim KI wird es anders verlaufen als bei der Internet-Bubble. Aber wichtig ist eben, dass ihr versteht, dass es so einen Hype-Cycle überhaupt gibt. Und es gibt auch inzwischen bei KI-Aktien krasse Fälle, wo Aktien innerhalb eines Tages um 1000% oder mehr steigen. War vorgestern der Fall bei einer Aktie namens Beamer Imaging US, kurz BMR, von 2,12 auf 34,94$ gestiegen. Innerhalb eines Tages nur, weil man eine Kooperation mit Nvidia veröffentlicht hat. Und auf die Hintergründe dieses Anstiegs, die ihr einen nun im Kopf schütteln lassen, da gehe ich in der Story am Samstag im Aktienreport für euch drauf ein. Wenn ihr euch ein bisschen für Anleger, Psychologie, Behavioral, Finance interessiert oder auch glaubt, dass wir noch weit von Bubble-Kursen bei KI-Aktien entfernt sind, dann empfehle ich euch unbedingt, diesen Artikel zu lesen am Samstag. Einfach unten auf www.aktien-report.de-Link klicken und bekommt den Report am Samstag kostenlos in eure Mailbox. So, jetzt zum Abschluss noch ein Artikel aus dem Wall Street Journal, ganz neuer. Da geht es darum, wo gefragt wird, die Early Adopters, wie zufrieden sind die eigentlich mit diesem KI-Bot? Und Juniper Networks, die CIO Sharon Mandel von Juniper, die sagt, ich würde nicht sagen, dass wir bereit sind, 30 Dollar pro User in unsere Firma zu bezahlen. Dazu muss man wissen, dass Microsoft von den Firmenkunden verlangt, mindestens für 300 Mitarbeiter ein Abo von je 30 Dollar je Monat abzuschließen, wenn sie mit diesem Co-Pilot arbeiten möchten von Microsoft. Und mehrere Firmen, die das Produkt getestet haben, sind offenbar enttäuscht von der Fehlanfälligkeit, auch den Mängeln bei der Abstimmung mit den Excel- und PowerPoint-Programmen. Microsoft hat ja 13 Milliarden Dollar für den Kauf von OpenAI investiert, zum ersten Mal beim Super Bowl. Jetzt seit vier Jahren will Werbung geschaltet für den Co-Pilot, den als Tool angepriesen der jungen Leuten dabei helfen kann, ihre unternehmerischen Träume Realität wirken zu lassen. Klar, das war ein Werbespot, aber zeigt auch, wie hoch die Erwartungen gerade hier sind. Und im Artikel wurden auch Beispiele genannt, wo Kunden wirklich irritiert sind und sagen, der Bot würde manchmal halluzinieren. Zusammenfassungen von Meetings, da würde er Antworten erfinden. Bei einer Werbeagentur zum Beispiel haben wir bei einer Zusammenfassung eines Meetings wohl von einem Bob gesprochen, der über die Produktstrategie referiert hat, obwohl in diesem Call gar niemand Bob geheißen hat und auch nicht über die Produktstrategie gesprochen wurde. Und ich konnte noch einige andere Beispiele nennen, aber ein solcher Artikel hat natürlich, das sind natürlich Einzelfälle, ein Artikel hat wenig Aussagekraft und doch, es ist einfach unvermeidlich, dass wir irgendwann von dieser Euphorie-Phase in eine Phase kommen würden, wo die Kritik lauter wird, wo es erste Enttäuschungen gibt, wo vielleicht auch die Regulierungsfrage noch kritischer diskutiert wird und bei Aktien wie Microsoft, die aktuell den 2024er KGV von satten 35 aufweisen und das ist angesichts der Größe des Unternehmens extrem hoch, da muss der Co-Palette einfallen, gigantischer Erfolg werden. Und es ist ein sehr großer Erfolg schon im Kurs eingepreist. Sobald es auch nur den leisten Verdacht gibt, dass es nicht ganz perfekt läuft bei der Umsetzung, ist die Aktie aus meiner Sicht eben stark rückschlagsgefährdet. Noch eine Idee von mir zum Abschluss, ich finde auf dem aktuellen Niveau Alphabet, also die ehemalige Google, weit interessanter als Microsoft. Die Aktie ist bei weitem noch nicht so heiß gelaufen wie Microsoft, hat den 2024er KGV von nur etwas über 20, hat auch KI-Ambitionen, ist im Technologiebereich sehr vorne mit dabei bei KI und insofern wäre es vielleicht durchaus eine Option, hier in Alphabet umzuschichten. Wie immer gilt auch das, nur meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung. Das war es dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn mir das Video gefallen hat. Also abonniert sehr gerne meinen Kanal, einfach unten auf den Abonieren-Button klicken. Denkt an den Aktienreport am Samstag und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr mögt, wieder am kommenden Sonntag zu einem neuen Video auf meinem Aktienkanal. Bis dahin, macht's gut, ich bin Armin Pratt. Ciao, ciao.